Also, das Statement ist da. Viele werden es von euch in den letzten Tagen mitbekommen haben. Sehr viel Trubel um Micky, der aufhören will zu streamen. Ich gebe einfach mal vorab kurz eine Kurzfassung, ohne da jetzt zu sehr auslufern zu wollen, weil, wie gesagt, die Kritik teilweise auch wirklich sehr, 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 sehr bodenlos war. Aber Micky möchte aufhören zu streamen. Und das Ganze möchte er mit einem letzten Projekt beenden, was wiederum ein Sabaton ist, wo er sich ein paar Sachen überlegt hat. Da hat er in einem Video relativ ausführlich drüber geredet. Das hatte ich auch gesehen, aber nicht on streamen. Wir hatten an den letzten Tagen schon ein paar Mal im Stream drüber geredet. Meine Meinung dazu war relativ simpel. Das Ganze drumherum, wo dann fast drauf aufgemacht wurde, wieso der nach Miendera gegangen ist und Familie zurückgelassen, dies, das, 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 da möchte ich nichts sagen, da will ich nicht drüber urteilen, weil da ist mir einfach viel zu wenig drüber bekannt. Und das ist mir auch alles viel zu persönlich. Aber nichtsdestotrotz ist die Kritik prächtig gewesen gegenüber diesem Move mit dem Sabaton, weil das hat einen sehr erfahrenen Beigeschmack. Einen sehr, sehr erfahrenen Beigeschmack. Diverse Videos sind aus dem Boden gesprossen, kann man das, denke ich mal, so sagen. Wie gesagt, Kritik unfassbar groß gewesen, auch auf Twitter etc. Dementsprechend bin ich jetzt mal sehr aufs Statement gespannt. Aber das ist, sagen wir mal, der Clou, an dem wir letztendlich mal festhalten. Dass wir ja alle dieselbe Grundlage haben, von der wir ausgehen. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Seit dem letzten Video wurde es ein bisschen wild im Internet. Und ich habe sehr viel Kritik wahrgenommen. Und wie mit allen anderen Themen bin ich niemand, der Kritik einfach ignoriert, sondern mich da auch quasi jetzt hier zu Wort... Eine ganz andere Sache. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt. Micky hat... Crazy Augen. Wahnsinn. Bro. Er hat todesblaue Augen. Maschallah. Ich habe einfach so einen Kackgrün, ne? Ich kann dir nichts mehr anfangen. Meine Freundin auch. Ich wusste selber gar nicht, dass grün die seltenste Augenfarbe ist. Meine Freundin sagt nur schöne Augen, weil Augen sind grün, sind auch die seltensten Augenfarbe. Ja, klasse, kannst du dir nichts mehr kaufen. Grün sieht einfach kacke aus. Crazy blau, by the way. Crazy, crazy, crazy blau. Aber machen wir weiter. Jetzt hier zur Wortmelde. Es geht um den Sabaton. Also quasi das allerletzte Projekt, was ich anstreben werde auf dem Kanal MickyTV. Und dass ich quasi, die Kritik ist, dass ich meine Zuschauer unter Druck setze, dass sie ihren letzten Cent in den Sabaton reinstecken, damit der quasi weiterläuft. Und da möchte ich die Leute quasi bei mir auch beruhigen, dass ich euch nicht unter Druck setze und euch auch ein bisschen was erkläre, wie es quasi weitergeht nach dem Sabaton, wenn das Projekt endet. Ich habe seit... Kurz, eine Sache. Noch lauter. Okay, mach noch lauter. Viel lauter kann ich nicht machen. Ich war 170 Prozent, hab mich bei YouTube Boost reingeknallt und Windows Sound ist bei mir bei 0 Dezibel runternehmen. Ähm, ganz kurz. Meine Meinung zum Sabaton. Das kann jeder gerne so sehen, wie er möchte. Ein Sabaton ist für mich ein reines Baitfest. Ein reines Baitfest. Der Sinn eines Sabatons ist es, ihr gebt mir Geld, ich streame dafür länger. That's it. Es ist egal, was man sich für Sachen einfallen lässt. Dass ich mich regelmäßig schminke, dass ich ein Hochhaus hochkletter, dass ich Bungee Jumping mache oder sonst noch etwas. Der, der, der Quintessenz oder die Quintessenz in deinem Sabaton ist, hey, ich mache alles wie normal, außer wenn ihr mir viel Geld gebt, dann mache ich länger. Alles andere ist für mich Quatsch mit Soße. Weil im Stream steht dann irgendwo immer eingeblendet bei einem Sabaton, für 1 Euro mache ich eine Minute länger, für einen Sub mache ich zwei Minuten länger, für 100 Bits mache ich 30 Sekunden länger. Deswegen, nur mal ganz kurz, naja, dass wir da kurz drüber geredet haben. Schauen wir mal. Seit 2023 oder seit 2022 sogar, einen Non-Profit-Kanal, den habe ich schon aktiv, das weiß meine Community, die Leute... Du musst nochmal lauter machen, ist tut mir leid. Ich mache auf, ich mache auf 200, 230. ...die mich nicht verfolgen, die wissen das natürlich nicht. Ich bin einer der wenigen Content-Creator in ganz Deutschland, die keinen Cent bekommen, ich wiederhole, die keinen Cent damit verdienen, wenn sie streamen, auf diesem Kanal. Das sind in 2023 knapp 300 Stunden Streaming gewesen, in denen ich einfach nur zocke, nicht wirklich Content mache. Das sind 300 Stunden im Jahr 2023, also auf den Monat runtergebrochen, wenn das 10 Stunden, also weniger als 10 Stunden im Monat. Mit den Chat rede, interagiere mit Leuten, der Kanal hat knapp 700 Average-Zuschauer. Das ist stark, by the way, das ist sehr stark, so ein Zwei-Kanal. Wenn ich einfach irgendwas zocke, und da, um euch auch nicht irgendwie den Druck auszusetzen, meiner Community gegenüber, dort werden dann danach noch Streams stattfinden. Also ich werde mich blicken lassen. 3.312 sind nicht weniger als 10. Das ist heute 25. Mit was habe ich denn gerechnet? Hör auf. Ja, lass uns nicht drüber reden. Ihr habt komplett recht, sind 25 Stunden. Wie gesagt, anstrengender Tag heute gewesen, ich habe es schon erwähnt. Asche auf meinen Haupt, Ehre weggeschmissen, in einer kleinen Tüte. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, um das für mich einmal kurz festzuhalten. 25 Stunden im Monat sind 25 Stunden. Das ist natürlich on top, neben dem normalen Kanal auch eine Menge. Je nachdem, wie viel man auf dem anderen Kanal streamt. Aber, ähm, ja. Das sind 300 Stunden halt, ne? Tut mir leid. Ach ja, man sagt ja, Schere eben. Tut mir leid. So ist das, ne? Ich hebe die Schere. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Tut mir leid. Das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass ihr das wisst. Ihr müsst nicht den Sabaton subscriben. Ihr müsst dort kein Geld spenden. Wenn ihr das Projekt feiert, dann könnt ihr es unterstützen. Es geht so lang, wie es geht. Und wenn er vorbei ist, dann werde ich nicht mehr Twitch-Streamer sein, aber mich ab und zu auf diesem Non-Profit-Kanal blicken lassen, was ich aktiv schon tue. Was ich auch nicht von irgendwie anderen Streamern oder anderen Leuten gehört habe. Ich streame doch schon, ohne Geld zu verdienen. Aktiv. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das, ähm, nicht so durchkam, dass ich irgendwie alles jetzt für den letzten Groschen tue. Ähm, okay, pass auf. Relativ simpel als jemand, der da nicht so sehr in der Thematik drin steckt. Wie soll, und das ist jetzt aus meiner Perspektive gesprochen, aber das wird jetzt, denke ich mal, für viele Leute sprechen, die, äh, Micky nicht ultra viel verfolgen, da super deep in der Community drin sind oder für fast jeden anderen Content-Treator. Ihr hattet es im anderen Video nicht gesagt. You know what I mean? Also, ihr hättet es ja einfach im anderen Video sagen können. Und das ist doch das Traurige gewesen bei dem anderen Video. Und, unabhängig davon, dass so eine ziemliche Beweihräucherung seiner selbst stattgefunden hat, das kann er ja ruhig machen, ich persönlich hab damit überhaupt kein Problem. Aber, der Grundtonus war, ich mach'n Sabaton, der geht so lang, wie er geht, danach bin ich weg. Weg, weg, weg. Da kam kein, ich lass mich dann nochmal auf einem anderen, auf meinem Zweitkanal blicken, den ihr allesamt kennt, oder den könnt ihr gerne schon mal abonnieren. Äh, wenn ihr da gegebenenfalls nichts verpassen wollt, wenn ich mal wieder zurückkomme, wenn ich mal wieder da reinschaue. Der ist auch Non-Profit oder sonst so etwas. So, das wurde ja gar nicht erwähnt. Also, das, woher soll das halt jemand wissen? Also, klar ist das beschissen, wenn dann dahingegen Kritik kommt. Aber meiner Meinung nach kann man das kein Kritiker übel nehmen, wenn das nicht mal eben ersichtlich ist, beziehungsweise ist, wenn das so offensichtlich ist, trotzdem, wenn nicht im Video angesprochen wird. Weiß ich nicht. Ähm, nicht nur das. Das hat auch gar nichts damit zu tun, was er gerade erzählt. Geht gerade kaum auf die Kritik ein, sondern sucht nach Mitleid, weil er ja kein Geld verdient. Na, weiß ich nicht. Ja, was heißt Mitleid? Nein, 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 das seh ich nicht. Das seh ich nicht. Das seh ich nicht, das seh ich nicht, das seh ich nicht. Hätte aber auch im Livestream nicht gesagt, dass er auf dem Zweikanal streamt. Zumindest hab ich's nicht mitbekommen. Also dahingegen bleib ich dabei, die Kritik, was den Sabaton angeht, 100% berechtigt. 100% berechtigt. Den Schuh muss er sich anziehen. Und zu dem Teil, was wir jetzt gerade gesehen haben, würde ich auch sagen, kann er ihn sich auch noch nicht ausziehen. Weil ein Sabaton ist Bait. Es ist einfach so. Leider. Ich weiß noch nicht, was das auf Twitch macht. Ich bleibe dabei, für mich haben Sabatons auf Twitch nichts verloren. Ich kann noch mal, mal pass auf, ganz kurz. Ich kann's immer wieder sagen, aber mir ist das wichtig, dann noch mal ganz kurz drüber zu reden. Jungs, Mädels. Tut mir bitte eingefallen. Unterstützt keine Sabatons generell. Aus dem Relativ, also macht mit eurem Geld, was immer ihr wollt. Aber passt auf. In 99,9% der Sabatons, die ich in meinem Leben gesehen habe, wenn der Sabaton mal ein bisschen länger geht, weil darum geht's ja am Ende des Tages, ist irgendwann der Punkt da, dass die Person entweder nicht mehr alleine da sitzt, sondern mit anderen Leuten da chillt, die Person gar nicht da ist, die der Kanal gehört, und andere Leute für die Person streamen, oder, also weiß ich nicht, ein Sabaton ist, ich sehe die Quintessenz dahinter einfach nicht. Weil irgendwann, logischerweise, wenn da jemand einen Monat lang jeden Tag durchgängig streamt, du bist platt. Du kannst nicht mehr. Es geht nicht mehr. Das geht an eine Substanz. Das ist abartig. Wirklich. Das kann man sich nicht vorstellen, aber das ist wirklich, wirklich hart. So. Das heißt, du bist ja eh noch am Schlafen. Das heißt, acht Stunden fallen ja eh schon mal weg von dem Stream, wofür Leute spenden, um denen dann beim Schlafen zuzugucken, wo dann aber irgendwelche Dokus laufen oder so ein Kram. Ist auch schon ein bisschen komisch. Machen ja auch viele. Und dann auf der anderen Seite ist denen ja auch immer und immer so ein bisschen die Luft raus, und dann zum Beispiel übernehmen das andere. Das war ja bei Schlorox zum Beispiel auch der Fall. Das ist gar keine Kritik, überhaupt nicht. Jeder kann das machen, wie er möchte, aber gefühlt am Ende die letzten 14 Male, wenn bei mir Schlorox auf der Startseite zu sehen war, ich hab den da nicht bei sich selber im Stream gesehen. Ich hab den da nicht selber im Stream gesehen. Ich seh halt nicht, warum man das unterstützen möchte, weil das so... Ich seh da nichts Cooles dran. Ich weiß nicht, warum man es machen sollte als Content Creator, außer man möchte natürlich das Geld haben. Für mich ist dafür keine Win-Win-Situation oder irgendwas, sondern einfach nur... Der Einzige, der gewinnt, ist das Konto von der Person, die den Sabaton macht. Alles andere ist einfach nur... anstrengend. Sehr, 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 sehr anstrengend. Unnötig anstrengend. Und man macht sich sehr abhängig. Das trifft auf Micky nicht zu und auch auf den Schlorox nicht zu, aber natürlich auf diverse andere. Diese 8 Stunden werden aber nicht gewertet. Trifft leider Gottes nicht auf alle zu. Aber selbst wenn... So... Keine Ahnung. Ich könnte das halt nicht mehr mehr vereinbaren. Weißt du, wie ich meine? Weil ich denke mir halt immer, wenn jemand unterstützen möchte, dann macht er das aus freien Stücken, weil er sich denkt, hey, ich mag den Content. Ich bin gerne hier. Ich fühle mich wohl. Und nicht, weil jemand einen anderen Beweggrund hat. Ich möchte nicht, das ist aber nur mein persönlicher Kompass. Weißt du, wie ich meine? Dass mich jemand aus einem anderen Beweggrund unterstützt. Alles andere ist nicht meins. Deswegen sehe ich das gleich einfach einen Ticken anders oder finde das immer schade. Und wie gesagt, diese ganzen Sachen mit zwei Monate, drei Monate, vier Monate, fünf Monate, gab es ja alles schon. Ich finde das alles absurd. Völlig absurd. Vor allem, weil irgendwann auch die Qualität des Streams einfach drunter leidet. Logischerweise. Man ist kaputt. Man will irgendwann auch wieder einen normalen Alltag haben. Man will immer ein bisschen Abstand haben. Das geht alles nicht. Das ist dann einfach maximal erzwungen. Naja, das kurz dazu. Wir machen weiter. Tut mir leid. Und ich diese Kritik aber auch wahrnehme und mich auch dazu äußere. Des Weiteren, für Personen, die nicht im öffentlichen Leben stehen, mache ich hier einen Deckel drauf. Da wird es in der Zukunft keine weiteren Informationen zu geben. Und ich hoffe, dass ihr das auch respektiert und dort mit ein bisschen Respekt an die Sache rangeht. Okay. Wäre wahrscheinlich um seine Familie, oder? Nachvollziehbar. Offene Kritik ist immer gerne gesehen bei mir. Auch unter den Kommentaren. Sobald es beleidigend wird, werde ich das Kommentar einfach löschen und euch ausblenden quasi. Auch überall. Aber sobald es Kritik ist, werde ich mir das durchlesen. Wird versuchen, darauf einzugehen und mich auch immer versuchen, zu bessern und ein besserer Mensch zu werden. Abschließend gesagt, ich danke euch für das Feedback. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, war der Satz von Commander Krieger, der in seinem Stream darauf reagiert hatte und gesagt hatte, dass er einen verurteilten Sexualstraftäter sympathischer findet als mich. Was? Holy shit! What? Wo wir da beim Thema beleidigen sind und alles drum und dran, ahne ich nicht. Krieger, Katastrophe, absolute Katastrophe. Warum? Warum? Müssen wir uns nicht, müssen wir uns nicht länger dran aufhalten als notwendig. Ich bleibe, aber ich will da jetzt auch nicht mehr drauf oder irgendwas anderes zu sagen, ich habe das Video von Krieger nicht gesehen, für mich ist das jetzt alles Hörensagen, aber wenn es natürlich stimmen sollte oder irgendwas, ohne weiter den Kontext zu kennen, absolute Vollkatastrophe. Wenn das stimmen sollte. Hat er so nicht gesagt? Okay. Er hat ApoRed gesagt und nicht Straftäter? What? Okay, das ist mir jetzt, Chad, das ist mir jetzt zu durcheinander, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Das tut mir leid. Ich, keine Ahnung, das ist jetzt für mich alles Hörensagen will ich nicht mehr zu sagen als notwendig. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Krieger hat ApoRed gesagt und Micky dreht das jetzt so um? Okay. 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 Aber ApoRed ist verurteilt. Okay. Er sagt das, weil ApoRed ein äh, vorurteileter sexueller Straftäter ist. Okay, okay. Daraus wird ein Schuh. Daraus wird ein Schuh. Okay. Ähm. Wild. Sehr wild. Ähm. Keiner, ob Krieger das wusste. Ich wusste es nicht, dass er dafür verurteilt ist. Äh, steckt aber auch nicht drin in der Materie. Ich hab seit 100 Jahren das Jahr von ApoRed gesehen, als er da das letzte Mal in Hamburg vor so einem roten Container stand, wo ich selber eine Woche später war und mir gedacht hab, hey, ich stand doch gestern noch ApoRed und ich hab dreimal in den Container geklopft und guckt, ob er da ist, aber er war nicht da. So. Deswegen, dementsprechend will ich da nicht großartig drüber mehr urteilen. Ähm, ja. Das fand ich nicht so gut. Ansonsten, ähm, wir hören uns, wir sehen uns sowieso. Ich hoffe, ich konnte euch diesen Zahn ziehen. Wie gesagt, alles freiwillig, müsst nicht. Ihr findet mich danach. Ich will niemanden unter Druck setzen. Ich streame schon aktiv auf einem Kanal, wo ich kein Geld mitverdiene. Danach wird es sicher seltener Streams geben. Ich würde mich anderen Projekten widmen. Aber ihr findet da dann quasi einfach nächtlich mich immer wieder. Ansonsten, ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst euch gucken. Ciao. Hm. Ha. Warum streamt er da nicht auf den Main? Ich weiß es nicht. Kann dir das nicht sagen. Der kann das ja handhaben, wie er möchte. Das ist ja am Ende des Tages ihm überlassen. Ja, sowas ist halt immer schwierig, ne? Ähm, ob das alles wirklich so der Plan gewesen ist, wie er es jetzt selber sagt, das werden wir nie herausfinden. Weil, wie gesagt, im anderen Stream wurde es nicht erwähnt. Oder beziehungsweise im anderen YouTube-Video dementsprechend, ähm, hätte ich das da selber auch niemals hineininterpretiert, als ich das andere Video gesehen habe, weil ich weder wusste, dass der zweite Kanal existiert und nichts von dem, was er gesagt hat, darauf hingedeutet hat. In dem Video, wohlgemerkt in dem Video, ähm, ich hätte jemals drauf kommen können, ne? So, das hat der, der, der Grundton des Videos und auch die abschließenden Worte und auch am Anfang hat er gesagt, dass es kein April-Shirt ist, er wird aufhören mit dem Stream auf Twitch und allem drum und dran. Hat mir das selber gar nicht hergegeben. Ähm, es gab auch noch andere Kritik, definitiv, äh, an dem Video, jetzt nicht von meiner Seite aus, wie gesagt, da möchte ich, äh, nicht großartig was zu sagen, weil da stecke ich nicht drin, aber, für mich hat es immer noch einen Fahnenbeigeschmack. I don't know why, für mich hat es immer noch einen Fahnenbeigeschmack. Schade. Es ist super schade. Ich verstehe auch nicht, warum der mit diesem Sabaton gegebenenfalls sich dann von seinem Main-Kanal verabschieden möchte. Warum? Warum ein Sabaton? Warum will man negativ behaftet den Leuten in Erinnerung bleiben? Warum will man das? Wir werden es nie herausfinden. Naja, er wird seine Beweggründe haben. Idis, modidis. Schade. Schade, schade, schade. schade.